Hey, die Conqueros sind draußen. Sollen wir sie uns vornehmen? Die sind nur hinter dir, Herr Julio. Wieso gefährdest du die anderen? Julio, bitte, er hat recht, hier auf. Vergiss unsere Pläne für die Zukunft nicht. Du nützt mir gar nichts, wenn du tot bist. Wir können uns nicht noch mehr Ärger leisten. Glaub mir das, bitte. Also gut, was haben Sie da draußen stehen? Panzer? So kannst du das Geschoss ruhig nennen. Einverstanden. Ich gehe mit Ihnen mit, aber nur, damit es hier nicht rund geht. Santos, ist das klar? Ihr kämpft auch nicht. Ja, aber ich... Tu, was ich dir sage. Komm, wir gehen. Kids, komm auf die Rückseite, wir klöchen. Los, steig ein, mach schon. Zurück, Kumpel. Können wir den Turbo benutzen? Negativ, Michael. Der Abstand reicht nicht. Hey, was soll das denn, Mann? Sie sagten doch, sie bringen uns hier raus. Kit, Achtung, ich brauche volle Leistung. Pass auf, Julio. Alles in Ordnung? Was war das? Ich höre schon, dir geht's gut. Wir haben Sie abgehängt. Das war auch der Zweck der Veranstaltung. Hey, was ist das? Haben Sie jemanden in der Tasche, mit dem Sie reden? Nein, da ist nur ein Computer vorne drin. Julio, hiermit stelle ich dir Kit vor. Kit gehört zur Familie. Danke, Michael. Oh Mann, ist ja riesig. Und, und was passiert jetzt? Ich sagte es dir doch. Das ist ein kleines Mädchen und du kannst ihm helfen. Warum ich? Weil du kompatibel bist. Was? Du bist ein guter Spender. Oh, sie meinen Blutspenden. So kannst du es auch nennen. Ach, ich weiß nicht. Hast du was Besseres zu tun? Pff, im Moment nicht. Okay. Gib mir deren Kumpel. Ja, Mr. Miles. Danke. Ja, Michael? Was für eine Neuigkeit, Michael. Ich wusste, Sie schaffen es. Gratuliere. Ich sag's den anderen. Der Spender ist gefunden. Ja, und er bringt ihn direkt ins Krankenhaus. Jetzt hat er nur noch den jungen Mann zu überreden, dass er es wirklich tut. Aber ich bin sicher, das schafft er auch. Ich glaube, ich fang an, wieder Hoffnung zu schöpfen. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto. Ein Auto.